Tennis-Profi Andreas Mies, Fan von Borussia Dortmund, Bastian Oczipka, Spieler vom FC Schalke 04, messen sich im großen Revierderby. Aber ausnahmsweise mal nicht im Fußball, sondern beim Tennis. Gemeinsam mit sechs geistig behinderten Jugendlichen geht es dieses Mal nicht um den erbittert erkämpften Erfolg, es geht um viel wichtigere Dinge. Um Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen. Die beiden Sportstars engagieren sich für die Special Olympics NRW. Es macht mir eine große Freude, da was zurückzugeben, weil Tennis hat mir so viel gegeben in meinem Leben. Und wenn ich denen eine Freude damit machen kann, dass ich mit denen im Jahr ein paar Veranstaltungen zusammen mache, dann bringt es einfach für alle sehr viel und es macht riesen Spaß. Seit gut 15 Jahren geht es dem Landesverband darum, dass seine Athleten die Möglichkeit bekommen, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und dafür gibt es die Unified Sports-Wettbewerbe. Beim Tennis-Doppel laufen gemischte Mannschaften auf. Nur die behinderten Athleten können einen Punkt für ihr Team erzielen. Aber vor allem können beide Seiten von dieser Verbindung profitieren. Das Schöne ist wirklich, dass beide voneinander lernen können. Also der Athlet natürlich von dem Partner, aber der Partner auch sehr viel von dem Athleten, weil bei uns die Emotionen sehr im Vordergrund stehen und der Teamgedanke stärkt sich. Das BVB-Team Mies gegen das S04-Team Utschipka. Vor ein paar Monaten hatten die Dortmunder im Unified Fußball gewonnen. Triumphieren sie nun auch im Tennis? Es wird in den verschiedenen Wettbewerben des Tages zwar um jeden Ball gekämpft, aber der Spaß steht im Vordergrund. Rund 70 Spieler mit geistiger Behinderung gibt es mittlerweile im Landesverband. Damit ist NRW bundesweit führend. Tendenz steigend. Allerdings gibt es auch immer einen Anpassungsprozess zwischen den Sportlern. Am Anfang war es natürlich, ist man da einfach ein bisschen und steht da und weiß nicht ganz, wie man mit der Situation umgehen soll. Aber ich finde genau, sowas sollte man dann auch aus der Sache lernen, dass es für die Kids einfach das Normalste von der Welt ist. Damit der Tennisprofi Mies es nicht ganz so leicht hat gegen den Fußballprofi Utschipka, muss der BVB-Fan bei einigen Prüfungen mit echten Handicaps zurechtkommen. Sehr zur Freude der jungen Sportler Paula Polak und Louis Kleemeyer. Mit dem kann man Quatsch finden. Ja, die sind total offen, nett. Wenn die jungen Tennisfans fleißig weiter trainieren, können sie sogar die Weltspiele 2023 in Berlin erreichen. Für heute ist aber erstmal Schluss. Übrigens, der BVB hat wieder knapp gewonnen. Aber das ist allen Beteiligten völlig egal. Ich habe gute Teammates. Geil gespielt habt ihr. Sehr gut gespielt.